Will Will und wir auch und deswegen geht's jetzt direkt auf in die Pyramide hier von Illusion of Time. Aber vorher noch ein kurzer Kaffeeplausch mit Neil. Wie denkst du mal? Nicht sicher, ob gut. Ja, wie geil ist das denn? Ich wollte eben noch sagen, ja, da kriegst du bestimmt so eine geile Flugzeuganimation und ja, sauber. Und wie wir die kriegen. Und das sieht auch echt so aus wie dieses Flugzeug aus Terranigma. Terranigma, wir haben da ja schon ein bisschen die Parallelen zwischen den beiden Spielen erörtert. Wir stürzen jetzt aber bitte nicht nochmal ab. Wir kennen das noch. Wir sind bald dobel, sag deinem Vater einen Gruß. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater noch... Hab Dank, ich weiß, du wirst ein guter Präsident sein. Ich schätze, da unten gibt's auch keine Toiletten mehr, oder? Ja, wenn du alles erledigt hast, kehre zum Südkap zurück und vergiss das Toilettenpapier nicht. Das werde ich. Ich bin froh, dass wir alle zusammengefahren sind. Diese Reise hat jedem etwas gebracht. Lance hat Lilly getroffen und seinen Vater gefunden. Neil hat die Firma seiner Eltern übernommen. Kara hat das Leben und die Welt außerhalb des Schlosses kennengelernt. Und ich, ähm... Ich kann nachts endlich allein auf Toilette gehen. Yeah! Wahnsinn! Achievement unlocked! Jo, Wetterwachtzeit! Kara hat lang nix mehr gesagt. Ich schwär wille ganz die Weile, die mich sehe. Ich sollt mich mal verabschieden. Hm, ja! Wir sind am Ziel, Leute! Vor uns licht der Turm von Bubble. Los geht's, Will! Sitzt dein Fallschirm richtig? Der Schlüpper acht, dann aber raus! Oh, die Musik ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich die an der Stelle so geil finde. Die ist viel zu fröhlich für das, was jetzt hier vor uns... Äh... Ist das hier eine Endlosschleife oder warum ist hier noch ein zweiter Fallschirm? Ich bin über dem Turm von Babel abgesprungen. Ich war seit eineinhalb Jahren nicht mehr hier. Boah, und das ist jetzt... Ja, klar! Boah, ich bin... Also, ihr mögt es mir verzeihen. Ich bin gerade doch so ein bisschen angeschwandt. Wahnsinn! Der Wind war verstummt. Der Turm lag in einer Hülle des Schweigens. Boah, und allein dieses Tor, ey. Allein dieses Tor. Äh, wenn sie was können, dann können sie hier irgendwie Tore machen, die einem Angst machen. Mensch, so viel haben wir hier auf uns genommen und jetzt sind wir da. Im Turm von Babel. Wahnsinn. Wahnsinn! Ich krieg' mich nimmer. Weil ich hab's ja mal gesagt, ich hab's nur bis zur Pyramide gespielt damals als Kind. Boah, und auch hier genial, diese Statuen von Friedan. Äh... Was zum Teufel? Okay. Ja, super. Jetzt hab ich's wieder weggeklickt. Kann man hier hoch? Jawoll! Damit haben wir hier das letzte rote Juwel gefunden. Hamer! Hammer! Wow! Das heißt, wir können auch, sobald wir die nächste Möglichkeit haben, hier zurückzugehen, in den optionalen Dungeon. Boah, das sieht so geil aus. Das hat echt sowas von Indiana Jones, oder? Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber... Das ist so richtig dieses Indiana Jones-Feeling. Und Wahnsinn. Also, es ist jetzt die erste Aufnahme nach dem Urlaub. Und ich muss sagen, ich hab mich da lange und tierisch drauf gefreut, hier weiterzumachen. Etwas scheint aus der Flöte gefallen zu sein. Ja, heben wir doch mal auf, oder? Es ist König Edwards Kristallring. Ich dachte, es wäre eine Dekoration, aber es war Ring-Ding-Dong. Hmm, Baderwurms! Du hast den Kristallring erhalten. Ja, das heißt, wir können jetzt... Edel, Petete, Bling-Bling machen, oder was... Was treiben wir damit? Damit müssen wir den ausrüsten. Kristallring, Ring, der in der Flöte verborgen war. Okay, rüsten wir einfach mal aus. Oho! War das jetzt erst durch den... Ich hab's doch gewusst, dass da noch was kommt. Warte! Ich bin traurig, denn ich spüre, dass wir uns nie wiedersehen werden, wenn wir uns trennen. Kara, wie bist du hierher gekommen? Äh, du kannst nicht hierher kommen, ohne den Kristallring zu besitzen. Ich habe einen Ring. Er stammt vom Goldschiff der Inkas. Naha! Das haben wir ja auch noch irgendwie halbwegs im Hinterkopf. Mein Ring ist dunkelblau. Der Ring, den du hast, ist hellblau. Es gibt also zwei Kristallringe. Das muss Vorsehung sein. Ich glaube, wir gehören zusammen, Badabums. Jawoll! Conclusion a la Will. Ja, Kara sagt einfach mal gar nichts. Die denkt sich, sobald ich mich hier an den Rockzipfel hängen kann, ist alles gut. Aber jetzt haben wir die natürlich hier an der Schleppe, ne? Ich weiß nicht, ob das so genial ist. Was bist du? Blaues Feuer und es leuchtet blau, ja, aber... Das Licht des Kometen hat einen enormen Effekt auf das Wachstum von Lebewesen. Wenn der Stern in Orbit die Erde erreicht, erfährt die Menschheit eine dramatische Evolution. Das heißt, wir werden alle zu Dinosauriern oder... Werden wir alle ausgerottet? Uh. Naja, wäre bei manchen Gehirnakrobaten da draußen vielleicht gar nicht so verkehrt, aber... Ich habe nichts gesagt. Die Evolution des Lebens wird eine Ewigkeit. Vom Insekt zum Fisch, vom Reptil zum Säugetier. So war der Mensch geboren. Und so hat er sich bis heute entwickelt. Seit Anbeginn der Zeit wurden Kometen die Götter der Sterne genannt. Aber auch die Dämonen der Sterne. Der Komet, der sich nun nähert, ist ein Dämon. Er erstellt die höchste Form des Bewusstseins dar. Für die Erde bedeutet das die Apokalypse. Wenn ich dazu die Musik von den apokalyptischen Reitern hören kann, dann ist alles okay. Boah, aber das ist wirklich... Das ist echt geil gemacht hier. So für den letzten Weg. Die Umgebung und auch diese Statuen von Friedan immer wieder. Und auch diese Flammen, die uns immer noch mal so ein bisschen was zum Hintergrund der Geschichte erzählen. Im Inneren des Turms gelten für die Zeit andere Gesetze. Sie schreitet wie im Fluge voran. Ihr seid keine normalen Sterblichen. Deshalb könnt ihr den Turm betreten. Und das finde ich eigentlich witzig. Denn ich habe es damals, wie gesagt, nicht so oft selber gespielt. Ich habe aber auch neulich, oder was heißt neulich, vor ein paar Monaten, das Let's Play von Dare Evil dazu geguckt. Und egal, wie oft ich das Spiel jetzt irgendwie mal halbwegs angespielt habe oder das jetzt eben gesehen habe, mir war nie so ganz klar, was jetzt hier Karas Rolle bei der Sache ist. Ich meine, ja, von Wilhelm war das erfahren, die Flöte, der Vater, die Expedition. Aber dass wir hier beide nicht normale Sterbliche sind und deswegen hier rein können. Warum ist das bei Kara so? Was hat das mit Kara hier zu tun? Ich komme da irgendwie nicht so ganz klar. In diesem Raum warten Dämonen auf dich. Töte sie, bevor du dich nach oben begibst. Ja, jetzt kommt natürlich der genialste Part hier ever von dem Ganzen. Nicht! Denn ich erinnere mich da dran aus dem Let's Play. Ich habe es ja dann tatsächlich nie selber gemacht, deswegen bin ich jetzt echt gespannt. Wir speichern auf alle Fälle mal. Das kann nicht so falsch sein. Boah, aber das wird jetzt echt ein bisschen happig. Was kommt denn hier noch? Mehr Freedance. Mehr Freedance und irgend so eine komische Tür. Bin ja eh nicht der Freund von Türen, aber auch hier müssen wir durch. Ich hoffe doch mal ohne Kara. Und ich weiß ja leider Gottes, was uns hier erwartet aus dem Let's Play. Mein Lieblingsgegner. Einer davon. Oh, aber okay, wir verwandeln uns instant in Shadow. Und ich werde auch instant, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Lichtmoment habe bei mir im Kopf, werde ich jetzt direkt mal die Aura ausrüsten. Denn die werden wir noch brauchen. Okay, da reicht ein Schlag. Ist das dein Ernst? Ups, das wollte ich jetzt, ich wollte jetzt eigentlich nicht Doppel, ähm, ähm, alles klar. Ja, toll, aber wir werden trotzdem einmal erwischt. Das war mir klar. Das war mir klar. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich mag ja Ei sowieso nicht, wirklich. Oh Mann. Was mache ich denn für fucking Geräusche hier? Nein, hau ab. Und im gleichen Moment springt eine Katze aus ihrer Kiste. Ist klar. Seems legit. Boah, wie mir hier die Klammer geht. Einfach nur, weil's Kass tot ist. Einfach nur, weil's Kass tot ist. Huh. Es tut mir echt, es tut mir so leid. Die Geräusche sind so unter aller Sau, wirklich. Oh Gott. Was mach ich hier eigentlich? Was treib ich denn? Ich bin auch irgendwie erwischt worden, aber ich weiß nicht wann und wie. Ich hab ja überhaupt keinen Überblick mehr. Huh. Shit. Shit. Was? Das ist jetzt nicht wahr. Oh mein Gott, da brauch ich einen Schluck Tee drauf. Alles klar. So. Wahnsinn. Okay. Soviel zu, wir sind total lässig und gechillt. Mhm. Ist klar. Oh, und jetzt ist die Tür hier weg. War die hier? Wow. Also sorry, wenn ich jetzt hier so die Affengeräusche schlechthin gemacht hab, aber... Da war ich sowas von nicht drauf vorbereitet. Also einerseits schon, andererseits... Es gibt einfach so Gegner, da hab ich immer noch Bammel vor. Und wenn das Kass tot ist, in einer schwierigeren Form, hab ich da doppelt und dreifach Bammel vor. Wobei man jetzt auch sagen muss, es ist ja gut gewesen für uns, dass wir hier direkt mit Shadow den Fight machen konnten. Denn ich kann mir vorstellen, dass das mit Willem einiges schwieriger geworden wäre. Wobei ich mich jetzt natürlich frage, das weiß ich aus dem LP natürlich nicht mehr. Ob wir hier alle mit Shadow besiegen. Könnt passen, wär zumindest teilweise logisch. Aber könnte ja auch anders sein. Ja, hier ist wieder so ne Tür. Große Klasse. Was erwartet uns denn jetzt? Was kam denn nach Kass dort? Nee, ne? No. Das wie ich... Das hab ich auch voll gern, wirklich. Also total. Doch, ja. Wo ist er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Boah. Alles klar. Aura für Tewe, würde ich sagen. Wow. Was machst du? Was treibst du? Okay, der ist gleich down. Den können wir... Ich wollte mich jetzt eigentlich nicht einsickern. Ich wollte hier einfach nur... Nee, das war jetzt ein bisschen bescheiden. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt an zwei Stellen schlagen und nicht einsickern. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Ich hoffe jetzt bloß, wir können hier nochmal speichern. Es kann nämlich ganz gut sein, dass das einfach nicht der Fall ist. Wo sind wir jetzt hier? Lichter, die leuchten? Lichter, die leuchten und komische Dinge tun? Was macht das? Ich kann mich gerade keinen... Strahl bewegen. Alter. Alles klar. Das ist mein Fahrstuhl der besonderen Art. Kann ich hier nochmal speichern? Schrägstrich. Hahaha. Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Ich gucke nochmal, ob wir da runter können. Das ist nämlich echt ein bisschen fies. Wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich mich bei dem Fight vielleicht ein bisschen mehr angestrengt. Weil wir gehen jetzt mit... Ja, scheiße. Okay, wir kommen hier nicht mehr zurück. Ich dachte jetzt, wir können da irgendwie nach jedem Boss nochmal zurück und speichern oder irgendwie sowas. Wir gehen jetzt hier mit der Hälfte vom Leben rein. Das ist halt schon ziemlich unschön. Ich... Ja, gut. Ein, zwei Heilkräuter können wir vielleicht hier verbraten. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht vor. Aber jetzt wird es ja natürlich nicht besser, ne? Große Klasse. Ich würde mich hier eigentlich lieber in Freedom verwandeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind natürlich Shadow. Was hier natürlich fies ist, jetzt wir... Wow. Wow. Wir haben hier natürlich nicht wirklich viele Attacken. Wir können hier ganz normal schlagen. Aber wir können nicht diese... Hey, wir gehen jetzt einfach mal... Wow. Wir... Jawohl. Klar. Du hast auch Probleme, Junge. Du hast wirklich Probleme. Ach, jetzt erwischt er uns hier noch. Ist das dein Ernst? Oh, wow. Okay, wir müssen echt aufpassen. Das ist jetzt fies. Ich will aber eigentlich... Ich will jetzt eigentlich keine Heilkräuter nehmen. Und wenn wir es nochmal machen müssen... Dann ist das in dem Fall halt einfach so. Ja, komm. Wo bist du denn? Was machst du denn? Ich trau mich da jetzt ehrlich gesagt nicht hoch. Nee. Ja, komm. Versuch dich irgendwie zu bewegen. Ich weiß, das macht nicht so viel Spaß, aber... Lady, lady. Nein. Whoa. Ich mag sie echt nicht. Ich mag sie echt nicht. Und das nicht unbedingt, weil ich es nicht so mit Vampiren habe, aber... Oha, das dauert ja ewig. Also nicht sicher, ob das so die beste Variante ist. Vielleicht müssen wir auch Heilkräuter nehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ha. Ja, klar. Wobei, die kann, glaube ich, nur das hier, ne? Das ging ja dann eigentlich noch. Das ist ja dann eigentlich noch machbar. Ja, nee. Die kann mehr als das. Die kann mehr als das. Wie ich mich jetzt einfach nicht traue, irgendwas zu machen und dann wahrscheinlich irgendein Dünnschiss passiert und ich trotzdem einfach sterbe. Ja, so stelle ich mir das vor. Ich komme da nicht zu dir hoch. Nee, du kannst schon ruhig runterkommen. Lady? Vampir, lady? Ist klar. Stell dich doch einfach dran wie der letzte Graf rotz, ey. Boah. Geht die mir auf den Zeiger. Geht die mir einfach tierisch auf den Zeiger. Mach doch einfach einen Abflug, Mann. Boah, das Schlimme ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt nicht speichern können, müssen wir eigentlich trotzdem Heilkräuter nehmen. Ich hoffe, wir können vielleicht nochmal. Eigentlich will ich da gar nicht so dran. Eigentlich will ich da gar nicht so dran. Wir haben jetzt auf alle Fälle noch den Sandfänger und wir haben ja noch die Mumie. Ist das fies. Also ich könnte mir vorstellen, da jetzt drei Heilkräuter insgesamt zu verwenden auf den Boss Rush, sage ich mal. Vielleicht irgendwie noch so um die zwei im Secret Dungeon und dann drei, wenn wir zum letzten Boss kommen. Ich habe da keinen Strahl von, was man hier normalerweise so nimmt, was man nehmen soll, wo man aufpassen muss. Keine Ahnung. Hopp, komm, gib uns doch ein Portal. Ich fasse es nicht. Mensch, shit. Okay, ich nehme mal welche. Vielleicht kriegen wir ja auch noch Heilkräuter im Secret Dungeon. Ja, und das ist nicht so viel. Es kann gut sein, dass wir hier direkt nochmal nehmen müssen und dann nochmal welche. Äh, was haben wir denn jetzt hier? Ich kann mich eigentlich nur noch an den Sandfänger erinnern und das passt hier eigentlich nicht so zu. Oder was, was ist hier? Ja doch, er ist es. Er ist es. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einfach ganz normal abwehren können mit dem Schild. Alles klar. Okay, das wird wahrscheinlich wieder so eine... Ja, und warum erwischen wir den nicht, bitte? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Das ist auch ein bisschen scheiße dann einfach für mich. Nee, kapiere ich nicht, warum man den hier nicht erwischen kann. Also, das muss eigentlich möglich sein. Kann ja nicht angehen, dass der hier die ganze Zeit rumrennt und nervt. So ein Dulli vom Dienst, wirklich. Ja, klar. Und wir sind natürlich zu weit weg. Boys, das ist das eine fiese Sache. Das ist richtig, richtig fies. Das ist richtig fies gerade. Gut, das ist machbar von der KP her. Aber ich will jetzt hier im Fight nicht nochmal Heilkräuter verwenden. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Bin ich nicht so der Fan. Boah, und das dauert auch wieder. Das dauert. Aber okay, er hat die Viecher nicht nochmal beschworen. Das ist, glaube ich, mehr, als man jetzt hoffen kann drauf. Mann. Ein Treffer noch oder zwei? Na klar. Oh, Mann. Der Typ tiltet mich gerade. Doch, wirklich. Komm, einer noch. Huh. Wahnsinn. Also, ich bin echt nicht gemacht für so Boss-Boss-Rushs. Da geht mir einfach zu arg die Klammer. Das ist, das ist einfach permanentes Screen-Nach-Gefahren-Quellen-Absuchen. Und Kara ist weg. What the fuck? Die Frage, wo die natürlich hin sein könnte, ist jetzt durchaus berechtigt. Letzte Tür, Fragezeichen. Boah, mir geht wirklich, also, man kann es nicht sehen, aber die Hände zittern. Das ist echt krass. Okay, hier ist wieder eine Tür. Da waren wir, Fragezeichen. Okay. Ich habe aber wirklich gerade so viele Fragezeichen bei mir. Über dem Kopf schweben. Das ist so der Hammer. Das Spiel tiltet mich gerade. Geht's hier jetzt weiter? Ähm. Was zum... Okay. Mein Fuck-Moment für Tüwe. Das sieht aus... Wie der Gegner vom Wolken-Garten. Den, den wir eigentlich gerade hatten. Du wurdest hierher gebracht, um die Welt zu retten. Komm mit mir. Äh, ich wollte eigentlich erstmal gefragt werden, Höflichkeit und so. Wow. Und das Geile ist, es ist einfach die Sprunganimation von Will. Nur einmal rückwärts, sozusagen. Ja, und da ist er fast ein Stück zu weit geflogen, ne? Aber ich denke, das soll einem auch einfach so ein bisschen das Gefühl dafür geben, wie beeindruckend, wie riesig und wie hoch dieser Turm von Babel ist. Das ist schon relativ gut gelungen, finde ich. Und ich hoffe, wir können vielleicht irgendwie jetzt nochmal speichern. Was hoffe ich denn hier eigentlich? Warum bin ich so blöd und hoffe? Da habe ich es doch eigentlich nicht anders verdient, ne? Wir nehmen nochmal Kräuter. Ist vielleicht nicht nötig. Ich denke aber schon. Denn uns erwartet hier eigentlich nur noch ein Gegner. Und, äh... Dass das nicht ohne wird, das sollte eigentlich klar sein. BZW, kommt da noch was? Ich habe jetzt diese Mumienschwester hier im Kopf. Diese... Einbandagiert und ziemlich sauer. Woa! Ähm... Ja, na klar. Und wie werde ich hier haben? Da. Und ich kriege den Pfeid nicht hin. Was? Und wir können hier nicht runter? Ist das dein Ernst? Wieso kann ich denn hier nicht runter? Ich muss doch hier irgendwie runterkommen. Boah, ist das fies. Ich kann hier also nicht ausweichen. Kein Meter. Das ist... Das ist fies. Jetzt habe ich auch wieder im Kopf, warum ich die so schlimm fand. In der zweiten Form. Die ist jetzt nicht schwerer. Aber... Wir haben hier echt ein Problem, wenn wir nicht rechtzeitig wegkommen. Ja, und jetzt kriegen wir wahrscheinlich alles ab. Weil wir zu spät uns einsaugen. Oh, oh. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, haben wir nicht. Komm, raus mit dir. Shadow, nein! Boah, das war jetzt einfach ein beschissenes Timing. Par excellence. Und wir sind hinter der Tussi. Ich fasse es nicht. Ich will... Ich will keinen verwenden. Nicht hier, nicht so. Alles klar. Und da ist es passiert. Wow. Ja, okay. Aber wir können hier wieder starten. Dann hätte ich eigentlich gar keine Heilkräuter verwendet. Nicht für die Olle hier. Nicht für die Olle hier. Jetzt sind wir aber auch hier unten. Ich bin gerade nicht sicher. Ähm... Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier eigentlich nicht hoch. Wenn ich ehrlich sein soll. Wir müssen aber, glaube ich, hier einfach wirklich aufpassen. Wie oft wir die Fähigkeit verwenden mit dem. Da reingehen und es ist schon wieder passiert. Ich darf hier nicht zu weit an die Ecke. Sonst spawne ich direkt in der Tussi drin. Und das will keiner. Boah. Klar. Klar. Und ich kann doch hier runter. Sag das doch. Das macht vieles einfacher. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Boah. Ich fasse es nicht. Und ich mache mir hier einen Kopf ohne Ende. Ist nicht zu fassen. Ähm... Ja, und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht hier runter. Aber ich wollte irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich will. Mann! Was zum Teufel? Das läuft überhaupt nicht. Das läuft gerade überhaupt nicht. Aber ist okay. Ich habe mir das irgendwie gedacht, dass das so läuft. Ich stelle mich bloß dran wie der letzte Hunk. Upsi! Du könntest auch mal dahin schießen, wo die Tussi ist. Nur mal so ein Gedanke vom Herrn. Oh, Mann. Okay. Aber man muss da echt ein bisschen... Man muss da echt ein bisschen spielen mit den Ebenen. Mit diesen Viechern. Was ist jetzt? Ach, jetzt ist wieder einer, der hier angreifbar ist. Und einer, der es nicht ist. Oder was? Ja. Wollen wir noch eins verwenden? Eigentlich will ich es nicht, aber ich... Das Blöde ist, wenn wir es jetzt nicht machen... Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist doch... Das ist ja mal saublöd jetzt. Okay, dann machen wir es doch nochmal. Wer keinen Bock hat, kann es vorspulen. Und das war auch wieder so ein Treffer. Der muss nicht sein. Vielleicht stellen wir uns jetzt auch nicht mehr ganz bescheuert dran. Wer weiß. Boah, aber es hat auf jeden Fall mal geholfen zu wissen, dass man hier die Ebene nutzen kann. Das hatte nämlich vorher was für mich, wo ich dachte, okay, ich kann hier irgendwie nicht runter. Weil es ging ja immer um diese... Auch um diese Portale an den Seiten. Und ich dachte, okay, die sind zu. Das heißt, wir können die nicht benutzen. Das ist so die Schwierigkeit vom Fight. Dass wir die auf einer Ebene bekriegen müssen. Aber okay. Deine Füße stinken, Mann. Ich wollte es nur gesagt haben. Öfter mal mit Seife und so. Ach so, jetzt haben wir wieder keine... Äh, und die Heilkräuter hat es trotzdem gewertet, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen grenzwertig, doch. Das ist unschön. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Jawohl. Oh Mann. Also, man kann Bossfight machen. Man kann sich aber auch kolossal dran stellen. Das ist dann so das, was ich gerade mache. Die Variante. Wer die nachmachen möchte, ist nicht unbedingt zum Ausprobieren zu Hause geeignet. Aber... Ja, lässt du wieder Steine regnen? Macht Spaß, oder? Ist auf jeden Fall auch ein Hobby, wenn man sonst keins hat. Ähm... Und das war jetzt... Das war jetzt nicht... Das war jetzt nicht klug, nee. Wo ist er denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Ist das hier gut, dass wir hochgehen? Nee, ne? Kann ich mir gerade... Nicht so vorstellen. Wir müssen doch dieses Ding da berühren. Oder kommt die irgendwann, wie sie Lust und Laune hat? Madame? Jetzt sind wir auch wieder von irgendwas erwischt worden. Sag mal... Sag mal, bin ich denn... Bin ich denn der... Der Dulli vom Dienst? Oder was mache ich hier eigentlich? Und warum... Was? Warum erwischt uns das, wenn wir einsinken, bitte? Okay. Den habe ich sowas von nicht verstanden. Ich nehme jetzt nochmal welche. Das ist halt scheiße. Das ist echt scheiße. Das gefällt mir jetzt selber gar nicht. Heißt das jetzt übrigens auch, wir können nicht einsinken, um den Dingern auszuweichen? Hier ist das richtig. Alter. Die Tussi, die macht mich fertig. Kann gut sein, dass wir das Ganze jetzt gerade nochmal machen. Denn ich habe keinen Bock, noch mehr Heilkräuter zu verschwenden. Und dann müssen wir es halt schaffen, ohne welche zu... Zu verwenden. Ich komme nicht klar mit dem Feind. Ne, ich komme da nicht drauf klar. Kein Stück. Absolut kein Stück. Und ich weiß halt echt nicht... Ich weiß es immer noch nicht, ob wir die erwischen müssen, damit sie damit aufhört. Ja, müssen wir. Toll, das ist halt ganz bescheuert. Ich... Die einen Heilkräuter hat es mitgenommen und nicht gezählt, weil wir im selben Moment gestorben sind. Jetzt haben wir noch vier. Das Dumme ist halt einfach und es tut mir echt leid jetzt, dass das so lame läuft. Aber ich habe halt einfach keinen Bock, dass man sich das jetzt sechs, sieben Mal angucken muss, sage ich ganz ehrlich. Weil so geil ist der Fight jetzt nicht, dass man den hundertmal haben muss. Dann müssen wir halt versuchen, den Secret Dungeon zu schaffen. Ohne, das war da irgendwie. Es ist nicht zu fassen, oder? Es ist nicht zu fassen. Die Bitch, die hat mich sowas von Nerven gekostet gerade. Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Ey, ich bin so durch. Ich bin einfach so durch. So, da hat es jetzt erstmal einen kräftigen Schluck Kaffee gebraucht. Ich hätte jetzt auch Tee nehmen können, aber... Nee, nee, nicht nach dem Fight. Nicht nach der Scheiße hier. Das ist ja sowas von grandios falsch gelaufen. Ich mag keine Vampire. Ey, ich habe Knoblauch zwischen den Zähnen stecken. Extra für dich. Was... was passiert da? Kommen da jetzt wieder irgendwelche komischen Lichter raus? Nimmt der mich jetzt mit? Ich kapiere das gerade nicht. Der Komet hat gleich den Orbit der Erde erreicht. Wir müssen auf die Spitze des Turms. Ähm... Und ich hoffe mal, ich kriege da noch diesen Moment, von wegen ich kann zurück. Denn wir haben hier immer noch einen Secret Dungeon, wo ich ehrlich gesagt sagen muss... Ich sehe da ein bisschen schwarz für die Nummer. So wie wir uns jetzt drangestellt haben. Kara, wo warst du? Es gab ein Gerücht, dass ein Vampir aufgetaucht sei. Man sagt, sein Körper sei unsterblich. Erst wenn der Komet verschwindet, wird auch er seine ewige Ruhe finden. Das erklärt immer noch nicht, warum du weg bist. Oh, und wir haben Statuen von Shadow. Und ich muss sagen, das waren so Sprüche, das mit dem Ring, dass jetzt das Kara plötzlich verschwunden ist. Ich habe beim ersten Mal Let's Play gucken die ganze Zeit gedacht, die hat doch irgendwie Dreck am Stecken. Und ich glaube, das ist die Stelle. Ich glaube, jetzt haben wir es. Boah. Also, mehr Kulpa tut mir echt leid. Man kann sich wirklich extremst dranstellen. So asozial schwer, wie ich jetzt gemacht habe, ist der Fight nicht. Man muss erst mal kapieren, okay, man hat die beiden in Ebenen. Und man muss kapieren, wenn das denn jetzt so war, wie ich es gesehen habe. Boah, und das letzte Zusammentreffen mit Gaia. Es neigt sich wirklich dem Ende zu. Kein Kaffee-Blausch mehr, kein Kaffee bei Gaia. Verwende deine neue Kraft und mein dunkles Ich. Shadows stärkste Kraft wird erweckt, wenn er eins wird mit dem Ritter des Lichts. Es ist der Feuervogel. Nur du kannst die Erde jetzt noch retten. Ich setze alle Hoffnung und all mein Vertrauen in dich. Bring mir Kaffee mit. Okay, wir haben auf alle Fälle gespeichert. Das ist jetzt nicht optimal. Also, wie gesagt, wenn man gecheckt hat, wie der Fight funktioniert. Ja, und wir haben auch keine Map auf alle Fälle. Wir haben jetzt noch drei Heilkräuter. Das ist wirklich derbe bitter. Das war so überhaupt nicht geplant. Aber, ja, ist halt jetzt mal so gelaufen. Und das ist genau der Punkt, wenn ihr den Secret Dungeon machen wollt mit dem Secret Boss. Das ist die letzte Stelle, bei der wir hier die Möglichkeit erhalten, nach Dao zurückzukehren. Und ja, ich will hier zurück. Das heißt nämlich, wir haben jetzt noch den endkrass geilen Secret Dungeon vor uns. Hier ist jetzt nämlich auch dieses Feuer. Das kann uns immer wieder in die Pyramide zurückbringen. Okay. Und ich würde sagen, ich muss jetzt erst mal klarkommen auf meine eigene Dunnigkeit. Denn die ist doch stark gegeben gewesen jetzt. Vor lauter Nervosität und Angst. Und was weiß denn ich. Aber dann haben wir wenigstens was für die Failquote. Und ich würde sagen, im nächsten Part reisen wir auf. In den letzten Dungeon. Ich rüste direkt mal das Juwel aus. Wir sehen uns dann. Und das wird richtig genial. Denn den habe ich auch selber noch nie gemacht. Bis dann.